Affenmenschen hat es nie gegeben Einer der ersten Schwindel in der Geschichte des Darwinismus, bekannt als die biogenetische Grundregel oder Rekapitulationstheorie und verkündet als unbestreitbarer Beweis der Evolution, war eine von einem rassistischen eugenischen Professor namens Ernst Haeckel im späten 19. Jahrhundert vorgestellte und verbreitete Idee. Der Zeitgenoss und Freund von Charles Darwin und Thomas Bulldog Huxley stellte die Theorie auf, dass menschliche und andere tierische Embryos während ihrer Entwicklung im Mutterleib eine Kleinstform des ganzen evolutionären Vorgangs mitmachen, erst Merkmale von Fischen zeigend, dann Reptilien und zuletzt Säugetierartig und menschlich. Sie wurde längst aus der wissenschaftlichen Literatur entfernt, aber viele Menschen und bekannte Medien zitieren und glauben immer noch unwissentlich an Haeckels geschwindeltes Werk. Noch in den 1990er Jahren, über ein Jahrhundert nach der Aufklärung darüber, werden Haeckels manipulierte Bilder und biogenetische Grundregel immer noch als wissenschaftliche Tatsache in bekannten Magazinen und Schulbüchern verbreitet. Jetzt ein Zitat von Harun Jaya, der Evolutionsbetrug, Seite 199 bis 200. Es ist seither bewiesen, dass diese Theorie vollkommen erlogen ist. Es ist nun bekannt, dass die angeblich in einem frühen Stadium des menschlichen Embryos erscheinenden Kiemen tatsächlich eine Anfangsphase des Mittelohrgehörgangs neben Schilddrüse und Thymus sind. Der Teil des Embryos, der mit der Eidottertasche verglichen wurde, stellt sich als Ausstülpung heraus, die Blut für den Säugling herstellt. Der Teil, der von Haeckel und seinen Anhängern als Schwanz identifiziert wurde, ist in Wirklichkeit die Wirbelsäule, die nur einem Schwanz ähnelt, weil sie Form annimmt, bevor es die Beine tun. Ein anderer interessanter Gesichtspunkt der Rekapitulation war Ernst Haeckel selbst, ein Fälscher, der seine Zeichnungen anpasste, um die Theorie zu untermauern, die er vorbrachte. Haeckels Fälschungen sollten belegen, dass die Embryos von Fischen und Menschen einander ähneln. Als er dabei erwischt wurde, war seine einzige Entschuldigung, die er hatte, dass andere Evolutionisten ähnliche Vergehen begingen. Haeckel wurde von fünf Professoren wegen Betrug angezeigt und von einer Kammer der Universität Jena verurteilt, bei der er eingestand. Dass seine Zeichnungen gefälscht waren, dass er bloß fehlende Glieder einfügte, wo die Beweise dünn waren und dass hunderte seiner Zeitgenossen sich dergleichen Vergehen schuldig gemacht haben. Während der Verhandlung sagte er, Zitat, Nach der belastenden Aussage über meine Fälschungen sollte ich verpflichtet sein, mich selbst als verdammt und zerstört zu betrachten, wenn ich nicht den Trost hätte, mich zusammen mit hunderten weiteren Komplizen auf der Anklagebank zu wähnen, unter ihnen viele der am meisten vertrauten Forscher und angesehensten Biologen. Die große Zahl von all den Diagrammen in den besten Lehrbüchern, Abhandlungen und Magazinen sollten in gleichem Maße die Anklage wegen Betrugsaufsicht ziehen, sind sie doch alle ungenau und mehr oder weniger behandelt, verallgemeinert und konstruiert, Zitat Ende. Was für ein Eingeständnis! Heckel gestand nicht nur seiner eigenen Fälschungen, er gab auch zu, dass hunderte weiterer wissenschaftlicher Schwindel auf ähnliche Weise Funde in den besten biologischen Fachbüchern, Berichten und Journalen manipulierten, einige von jenen werden wir in diesem Kapitel untersuchen. Es stellte sich heraus, dass Heckel einfach denselben menschlichen Embryo druckte und mehrmals übermalte, dann behauptete, dass jeder dieser Embryos verschiedenen anderen tierischen Embryos entsprächen, wenn es tatsächlich die Gemeinsamkeiten nicht gibt und die Bilder Kopien waren, die er wesentlich und absichtlich anfertigte, um sie an seine biogenetische Grundregel anzupassen. Zitat Malcolm Bowden, Affenmensch, Tatsache oder Irrtum. Um seine Theorie zu unterstützen, fälschte Heckel, der sich seine Kenntnisse der Embryologie selbst beibrachte, manche seiner Beweise. Er veränderte nicht nur seine Bilder von Embryos, sondern er druckte dieselben Abbildungen dreimal und bezeichnete eine als menschlich, die zweite als Hund und die dritte als Kaninchen, um, Zitat, ihre Ähnlichkeit zu zeigen. Zitat Ende. Jetzt ein Zitat von Michael, Dr. Michael Richardson aus der London Times vom 11.08.1997. Zitat. Dies ist einer der schlimmsten Fälle von wissenschaftlichem Betrug. Es ist schockierend herauszufinden, dass jemand, den man für einen großartigen Wissenschaftler hielt, einen absichtlich in die Irre führte. Es macht mich wütend. Was Heckel tat, war, einen menschlichen Embryo zu nehmen und ihn zu kopieren, um dann anzugeben, dass der Salamander und das Schwein und alle anderen in derselben Entwicklungsstufe gleich aussehen. Das tun sie nicht. Das sind Fälschungen. Zitat Ende. Die letzten 150 Jahre über haben evolutionistische Wissenschaftler Eifrig daran gearbeitet, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, daran zu glauben, dass moderne Menschen von vorzeitlichen Affen abstammen. Der letzte und schwierigste theoretische Sprung für die Evolutionstheorie ist die angebliche Millionen Jahre andauernde Umwandlung vom Affen zum Menschen. Die völlige Unmöglichkeit, Fähigkeiten wie Zweifüßigkeit, eine aufrechte Wirbelsäule und komplexe sprachliche Fertigkeiten zu entwickeln, wird diskutiert, seit die Theorie zum ersten Mal vorgestellt wurde. Aber solche Hindernisse werden eingefleischte Evolutionisten nie davon abhalten, eine glaubhafte affenmenschliche Übergangsform zu entdecken oder zu erfinden. Die erste von diesen genehmen Entdeckungen war der Neandertaler, der 1856 im Neandertal am Niederrhein gefunden wurde, genau rechtzeitig für die Veröffentlichung von Darwins Ursprung der Arten. Bis zu diesem Tage sind rekonstruierte Zeichnungen von haarigen, affenartigen Neandertalern in Wissenschaftszeitschriften und Schulbüchern abgebildet und behauptet, ein fehlendes evolutionäres Glied zu sein. Tatsächlich jedoch sind all die sogenannten Neandertaler-Gebeine nicht von denen moderner Menschen zu unterscheiden, wie ein Asiat von einem Europäer oder ein Inuit von einem australischen Ureinwohner. Die Schädelgröße zeigt außerdem tatsächlich eine 13-prozentige größere Hirnmasse als die des modernen Menschen, was es unmöglich macht, eine Zwischenform von Mensch und Affe zu sein. Sogar das Time-Magazin bestätigte 1971, dass die Primitivität der Neandertaler ungerechtfertigt sei, dass er heute unerkannt auf den Straßen spazieren könnte. Ein Autor kommentierte sogar, dass uns Historiker in der Zukunft wohl alle für verrückt erklären werden, diesen unglaublichen Fehlgriff nicht mit angemessener Entschlossenheit bemerkt und widerlegt zu haben. Einer der Hauptverfechter beim Vorantreiben des Neandertalers als authentische Art ist der deutsche Professor Rainer Protsch, der die Fossilien auf das Alter von 36.000 Jahren datierte, was sie perfekt in den evolutionären Zeitstrahl passen ließ. 2005 jedoch wurde Protsch von einem Ausschuss der Frankfurter Universitätsleitung gezwungen, unehrenhaft zurückzutreten. Die entschieden, dass Protsch, Zitat, die letzten 30 Jahre Angaben erfand und die Arbeit von seinen Kollegen abgeschrieben hatte, Zitat Ende. Der einst renommierte C14-Datierungsexperte, die angebliche Methode zur Bestimmung des Alters von Fossilien, wurde mittlerweile vollkommen aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Es wurde seitdem festgestellt, dass alle Neandertaler-Gebeine nicht mehr als einige tausend Jahre alt sind, manche sogar nur wenige hundert Jahre. Sie haben ebenfalls menschliche DNS in den Knochen, eine 13-prozentige höhere Hirnleistung, der des durchschnittlichen modernen Menschen, eine Größe von 1,74 Meter, vergleichbar mit unserem heutigen Durchschnitt, gefunden. Und sie hatten fortschrittliche Werkzeuge, begruben ihre Toten und erfreuten sich der Kunst. Professor an der Universität Berlin Rudolf Virchow, Ernst Haeckels früherer Professor und der Vater der modernen Gerichtsmedizin, folgerte anno 1872, dass die Gebeine der originalen Neandertaler einfach die eines unglücklichen Homo sapiens waren, der als Kind Rachitis, als erwachsene Arthrose und mehrere Stoßverletzungen am Kopf erlitt. Der Paleo-Anthropologe der Universität von New Mexico, Erik Trink aus, schloss aus seiner Untersuchung, dass detaillierte Vergleiche von Neandertaler-Gebeinen mit denen von modernen Menschen gezeigt haben, dass es nichts in der Anatomie des Neandertaler gibt, was eindeutig auf unterlegene Bewegungs-, Handlungs-, geistige oder sprachliche Fähigkeiten zu denen des modernen Menschen hinweist. 1891 bis 92 wurde auf Java, Indonesien, von Eugin Dubois, der zufällig ein Student und Ausbildender des Evolutionsschwindlers Ernst Haeckel war, der nächste Affenmensch entdeckt. Dubois fand eine Schädeldecke, einen Schenkelknochen, ein Kieferstück und drei Zähne, von welchen er den Affenmensch Java-Menschen rekonstruierte. Nach zehn Jahren seiner Entdeckung war der Java-Mensch das Hauptthema von über 80 Evolutionsbüchern und Artikeln. Ihm wurde der wissenschaftliche Name Anthropopithecus erectus verpasst, der später Pitacentropus erectus und letztlich in Homo erectus geändert wurde, zweifellos aus superoffiziellen und pseudowissenschaftlichen Gründen. Nun ein Zitat von Hank Hanegraaff aus Das Gesicht, das die Evolutionsfass verdeutlicht. Der Java-Mensch wurde von einem Niederländer entdeckt. Mir ist das ein wenig peinlich, weil ich selber ein Niederländer bin. Sein Name war Eugin Dubois. Die Knochen wurden 1891 bis 92 auf der indonesischen Insel Java an den Ufern des Solo-Flusses gefunden. Es gab da ein interessantes Sortiment. Er fand einen Schenkelknochen, eine Schädeldecke, ein Kieferstück und drei Zähne. Und das ist, woraus er sich den Java-Mensch zurechtlegte. Interessant genug waren manche der Zähne alt und manche jung. Die Knochen gehörten zu einem Affen, weiblich und männlich. Es war eine interessante Ansammlung und der Grund dafür, dass die Leute es nicht herausfanden, weil Dubois' Fund über 30 Jahre lang von den Gelehrten ferngehalten wurde. Er enthielt auch die Entdeckung von Gebeinen von modernen Menschen, die in derselben Erdschicht wie der Java-Mann gefunden wurde, vor. Dies hätte natürlich seine Behauptung, dass der Java-Mensch ein Vorfahrt der Menschen heutzutage gewesen ist, ruiniert. Letztendlich wurde genug Druck auf ihn ausgeübt, dass die tatsächlichen Knochen untersucht werden durften und die Unstimmigkeiten wurden aufgedeckt. Und irgendwann fand das aufgeklärte Amerika wie auch die Welt heraus, dass dies ein Schwindel war. Leider sind Schwindel schwer tot zu kriegen. Vor kurzem brachte das Time-Magazin eine Titelgeschichte, wie der Mensch zum Menschen wurde und begannen Witze über Christen und Kreationisten zu machen, um dann mit der Vorstellung des Java-Menschen fortzufahren, als ob es Tatsachen wären. Zitat Ende. Es wurde festgestellt, dass die Zähne des Java-Mannes von unterschiedlichen Zeiten stammen und die Knochen eine Mischung von Mensch und Affe sind mit einem riesigen Gibbonschädel. Rudolf Virchow, Haeckels eigener Professor und der führende Pathologe seiner Zeit, bestätigte, Zitat, »Meiner Meinung nach war dieses Geschöpf ein Tier, ein riesiger Gibbon, um genau zu sein. Und der Oberschenkelknochen hat nicht die kleinste Gemeinsamkeit mit dem Schädel.« Zitat Ende. Er und viele andere folgerten, »Der Oberschenkelknochen ist ziemlich klar menschlich, während die Schädeldecke und die Zähne einem Primaten gehörten.« 1912 behauptete ein Arzt und Paläoanthropologe namens Charles Dawson, einen Kieferknochen und ein Schädelstück einer affenmenschlichen Übergangsform in einer Grube in Piltdown, England gefunden zu haben. Es war angeblich 500.000 Jahre alt und wurde als absoluter Beweis der menschlichen Evolution in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt. Die nächsten 40 Jahre wurden Unmengen wissenschaftlicher Artikel, künstlerische Rekonstruktionen und über 500 Doktorarbeiten über den Piltdown-Menschen geschrieben. Einwende und Kritik wurde sofort von Zeitgenossen wie Arthur Keith erhoben. Dawson schaffte es jedoch, bis 1953 sie zu entschärfen, als Tests eindeutig bewiesen, dass der Schädel des Piltdown tatsächlich menschlich war und nur einige hundert Jahre alt, während die Kinnlade von einem kürzlich verstorbenen Orang-Utan war. Prüfer fanden heraus, dass Dawson den Orang-Utan-Kiefer künstlerisch abnutze und dass die primitiven Werkzeuge neben den Fossilien Imitationen waren, die Dawson mit Werkzeugen aus Stahl bearbeitet hatte. Dawson verspachtelte auch den Schmelz des Mahlzahns, damit er denen von Menschen mehr ähnelt und färbte alle Fossilien mit Kaliumdichromat, um ihnen einen veralteten Anschein zu geben. Die Flecken verschwanden jedoch rasch, als man sie in Säure tauchte. Wilfried Legros Clark, ein Mitglied von Joseph Wyners Gruppe, die die Fälschungen enthüllte, bestätigte, Zitat, Innerhalb von Tagen wurde der Piltdown-Mensch aus den britischen Museen entfernt, wo er zuvor für vier Jahrzehnte ausgestellt wurde. Seit im Jahr 1953 eindeutig der Schwindel nachgewiesen wurde, haben sich viele andere paläontologische Funde von Dawson auch als falsch und untergeschoben erwiesen. 2003 veröffentlicht Dr. Miles Russell von der Universität von Bornemouth die Ergebnisse einer Untersuchung von Dorsons antiquarischer Sammlung und schließt, dass mindestens 38 Exemplare klare gefälscht sind, erwähnend, dass, Zitat, Dorsons gesamte akademische Laufbahn auf Hinterlist, Fingerfertigkeit, Betrug und Täuschung aufgebaut sein musste. Der höchste Lohn war die internationale Anerkennung, Zitat Ende. Der nächste Betrugsversuch, eine affenmenschliche Übergangsform zu schaffen und zu verbreiten, wurde 1922 von Henry Fairfield Osborne verübt. Als Mitbegründer der Amerikanischen Eugenischen Gesellschaft, Präsident des White Supremacist Pioneer Fund, das ist eine umstrittene Wissenschaftsstiftung in den USA, und Direktor des Amerikanischen Naturgeschichtsmuseums, erklärte Osborne, dass man ihm einen ungewöhnlichen Zahn zukommen ließ, der in Snakebrook, Nebraska, gefunden worden war und der jeweilige Eigenschaften von Affe und Mensch aufwies. Er legte fest, dass er aus der Pliozänzeit stammte, von der Übergangsart Pithecanthropus Erectus und bezeichnete den ehemaligen Zahnbesitzer liebevoll Nebraska-Mensch. Nochmal Harun Yaya, der Evolutionsbetrug, Seite 95. Dem Nebraska-Menschen wurde ebenfalls unverzüglich ein wissenschaftlicher Name gegeben, Hesperopithecus Harold Koki. Viele Autoritäten unterstützten Osborne. Aufgrund eines einzelnen Zahnes wurden Rekonstruktionen von Kopf und Körper des Nebraska-Menschen gezeichnet. Mehr noch, der Nebraska-Mensch wurde sogar mit Frau und Kindern in einer natürlichen Szene abgebildet. Als der Nebraska-Mensch überall in den Schlagzeilen war und die gefügige Öffentlichkeit genügend berieselt worden war, verschwand die Geschichte, bis 1928 William Bryan und William Gregory die Möglichkeit bekamen, den Zahn unabhängig zu untersuchen. Bei den Untersuchungen fanden beide eindeutig heraus, dass der Zahn weder einem Menschen noch einem Affen gehörte, sondern tatsächlich von einer ausgestorbenen Art des amerikanischen Wildschweins mit dem Namen Prestenops. Nachdem William Gregory seinen Artikel Hesperopithecus, anscheinend weder Affe noch Mensch, in Wissenschaftsteitschriften veröffentlichte, wurden alle Zeichnungen und Modelle des Nebraska-Menschen und seiner Familie zügig aus den evolutionistischen Publikationen entfernt. Henry Osborne selbst war gezwungen, zuzugeben, dass der Nebraska-Mensch Hesperopithecus Harold Koki das angebliche Muster des Piliocen Pithecrantropus Erectus und seine ganze imaginäre Familie vollkommene Fantasieerzeugnisse waren. Er gestand niemals einen absichtlichen Betrug ein, warum sollte er auch, aber als ein begeisterter Evolutionist, Eugeniker und Anhänger einer weißen Überlegenheit war eine Neigung zu Bestätigungsfehlern anzunehmen. Osborne war sogar so ein rassistischer Sadist, dass er während einer nationalen Diskussion über die während des Ersten Weltkriegs durchgeführten Intelligenztests bei der Musterung zur amerikanischen Armee unverfroren sagte, dass, Zitat, ich glaube, dass diese Tests die Kriegskosten wert waren, sogar die Menschenleben. Wir haben ein für alle Mal gelernt, dass der Neger nicht so ist wie wir. Zitat Ende. Nochmal Harun Yahya zitierend der Evolutionsbetrug, Seite 96 und 97. Nachdem Darwin in seinem Buch Die Abstammung des Menschen die Behauptung vorbrachte, dass Menschen sich aus affenartigen Lebewesen entwickelten, begann er mit der Suche nach Fossilien, die sein Argument belegen. Einige Evolutionisten glaubten jedoch, dass halb Mensch, halb Affe-Kreaturen nicht nur in den fossilen Aufzeichnungen zu finden waren, sondern auch lebendig in verschiedenen Teilen der Welt. Im frühen 20. Jahrhundert führte dieses Streben nach lebendigen Übergangsgliedern zu unglücklichen Vorfällen und einer der grausamsten davon ist die Geschichte von einem Pygmen mit dem Namen Otta Benga. Er wurde 1904 von einem evolutionistischen Forscher im Kongo gefangen genommen. In seiner eigenen Sprache bedeutet sein Name Freund. Er hatte eine Frau und zwei Kinder. Angekettet und eingesperrt wie ein Tier wurde er in die USA gebracht, wo evolutionistische Wissenschaftler ihn zusammen mit anderen Affen als das nächste Übergangsglied zum Menschen bei der Weltausstellung in St. Louis vorstellten. Zwei Jahre später brachten sie ihn zum Bronx Zoo in New York und dort stellten sie ihn unter der Bezeichnung urzeitliche Vorfahren des Menschen zusammen mit einigen Schimpansen, einem Gorilla namens Dina und einem Orang-Utan mit dem Namen Dohong aus. Der evolutionistische Zoodirektor Dr. William Hornedai gab lange Reden, wie stolz er war, diese außergewöhnliche Übergangsform in seinem Zoo zu haben und behandelte Otterbenga so, als ob er ein gewöhnliches Tier wäre. Nicht mehr in der Lage, seine Behandlung zu ertragen, beging Otterbenga später Selbstmord. Piltdown-Mensch, Nebraska-Mensch, Otterbenga, all diese Skandale verdeutlichen, dass evolutionistische Wissenschaftler nicht zögern, jede Art von unwissentlichen Methoden anzuwenden, um ihre Theorien zu belegen. Zitat Ende. 1927 erklärte Davidson Black, er habe nahe Peking mehrere Zähne und fünf zertrümmerte Schädel entdeckt, die zu einer urzeitlichen Affenmenschenart gehören, die heutzutage weithin als Peking-Mensch bekannt ist. Irgendwann zwischen 1941 und 1945 waren echte Knochen rätselhafterweise verloren gegangen, jedoch nicht ohne ein paar Gipsabdrücke zur Untersuchung zu hinterlassen. An derselben Stelle, an der dieses fehlende Glied gefunden wurde, wurden ebenfalls die Überreste von zehn ganzen menschlichen Skeletten gefunden, die nach Kalkstein stöberten, Feuerstellen errichteten und eine Vielzahl von Werkzeugen hinterließen. Viele Wissenschaftler glauben nun, dass die Werkzeuge beim Peking-Menschen benutzt wurden, anstatt von ihm. Die Rückseiten der Schädel waren alle eingeschlagen und in diesem Teil der Welt gilt Affenhirn als eine Delikatesse, sodass anzunehmen ist, dass die Peking-Menschen eigentlich Peking-Affen waren und sie die Mahlzeit der Menschen waren und nicht ihre urzeitlichen Vorfahren. 1974 entdeckte Donald Johansson Lucy, den 90 Zentimeter großen, angeblich drei Millionen Jahre alten, Australopithecus in Äthiopien. Lucy machte die üblichen Schlagzeilen in den wissenschaftlichen Zeitschriften und Beschreibungen in Schulbüchern mit als unser ältester direkter menschlicher Vorfahre. Donald Johansson behauptete bescheiden, dass Lucy der bedeutendste Fund in der Geschichte der Menschheit wäre und die Medien erklärten ihn zum Helden. Er wurde vom stellvertretenden Professor zum Leiter seines eigenen humanbiologischen Instituts an der Universität von Berkeley befördert. Während der ganzen Zeit erlaubte er Wissenschaftlern nie, die Lucys Gebeine zu untersuchen, bis 1982, acht Jahre danach. Seitdem und als mehr Australopithecus Skelette gefunden und untersucht wurden, halten viele der führenden Evolutionisten jedoch Lucy einfach für eine ausgestorbene Affenart, ähnlich dem modernen Zwergschimpansen, und nichts weiter. Sie mögen etwas aufrechter als die meisten anderen Affenarten gegangen sein, aber waren nicht zweifüßig oder aufrecht, konnten nicht sprechen, verbrachten die meiste Zeit in Bäumen und gingen auf allen Vieren. Lord Solly Zuckermann und Professor Charles Oxnard forschten mit einer fünfköpfigen Gruppe 15 Jahre am Australopithecus und kamen zu dem Schluss, dass all die verschiedenen Arten des Australopithecus, die sie untersuchten, nur ein gewöhnlicher Affentyp war und bestimmt nicht zweifüßig. Das französische Wissenschaft und Leben Magazin brachte im Mai 1999 mit Goodbye Lucy eine Titelgeschichte wie Lucy, das berühmteste Fossil des Australopithecus, nicht die Wurzel der Menschheit war und aus unserem angeblichen Stammbaum entfernt werden sollte. Sogar nun im Jahre 2014 brachte die freimaurerische Universal Pictures jedoch einen Film namens Lucy heraus, bei dem der Affenfrau betrug Lucy den ganzen Film hindurch als wissenschaftliche Tatsache gehandelt wird. 1982 wurde ein in der spanischen Stadt Orze gefundenes Schädelstück als der älteste versteinerte menschliche Überrest in Eurasien bejubelt. Der Orze-Mensch war angeblich ein 17-jähriger Affenmensch, der vor 900.000 bis 1.600.000 Jahren lebte und der Welt mit den üblichen rekonstruierten Zeichnungen präsentiert wurde, die einen jungen, haarigen, affenmenschlichen Teenager darstellten. 1983 stellte eine Gruppe von Wissenschaftlern aus Frankreich fest, dass das Schädelstück tatsächlich von einem vier Monate alten Esel stammte. Ein dreitägiges wissenschaftliches Symposium wurde angesetzt, damit Experten den Knochen untersuchen und besprechen konnten, wurde aber unverzüglich nach der französischen Untersuchung abgesagt. Bloßgestellte spanische Offizielle verschickten 500 Briefe an die geladenen Teilnehmer, in denen sie sich entschuldigten. Nach weiteren aufschlussreichen Tests brachte der Daily Telegraph die folgende Schlagzeile As Taken for a Man. Esel, in diesem Fall Dummkopf, also ein Wortwitz. Esel für einen Menschen gehalten. 1984 dann entdeckte Kemoya Kimmeu in einer Gruppe, angeführt von Richard Leakey bei Nario Kotome, nahe des Turkana-Sees in Kenia, den Turkana-Boy. Turkana-Boy wurde als eine vor 1,5 bis 1,6 Millionen Jahren lebender vorpubertärer Junge verkündet und wird nun als das vollständigste menschliche Skelett betrachtet, das je gefunden wurde. Ähnlich wie der Neandertaler ist jedoch der Turkana-Boy oder Nario Kotome Homo Erectus auch nicht anders als der moderne Mensch. Der amerikanische Paläo-Anthropologe Alan Walker sagte, Zitat, Er schrieb, dass er zuerst lachte, weil es so sehr wie der Neandertaler aussah. Turkana-Boy war zweifüßig, mit Armen und Beinen von menschlichen Größenverhältnissen, einem aufrechten Knochenbau, vergleichbar in Körpergröße, Schädelgröße und der Geschwindigkeit des Wachstums mit dem modernen Menschen. Sogar der entdeckende Gruppenleiter Richard Leakey bestätigte, dass der Unterschied zwischen diesem Exemplar des Homo Erectus und dem modernen Menschen nicht mehr ausgeprägt ist als einfache rassische Abweichungen. Zitat, Die Gestalt des Schädels, der Grad der Verwölbung des Gesichts, die Robustheit der Brauen und so weiter, diese Unterschiede sind bestimmt nicht mehr ausgeprägt als jene, die wir heutzutage zwischen den einzelnen geografischen, bei Rassen, bei modernen Menschen sehen. Solche biologischen Schwankungen kommen vor, wenn Populationen für einen beträchtlichen Zeitraum geografisch voneinander getrennt sind. Zitat Ende. Wenn man sie als das sieht, was sie wirklich sind, dann sind sämtliche Entdeckungen und Rekonstruktionen nichts als Fantasie und Betrug. Der Neandertaler war nur ein gewöhnlicher Mensch, Java-Mensch und Piltdown-Mensch wurden aus Menschen- und Affenknochen zusammengesetzt, Nebraska-Mensch war eigentlich ein Schwein, Peking-Mensch war tatsächlich eine Menschen-Mahlzeit, Lucy war nur ein Affe, Orze-Mensch ein Esel und Turkana-Boy war nur ein Junge. Nochmal Harun Yaya zitierend, der Evolutionsbetrug, Seite 90. Rekonstruktionen kann man beschreiben als Zeichnen eines Bildes oder Aufbauen eines Modells eines Lebewesens anhand eines einzelnen Knochens, manchmal nur ein Stück eines Knochens, der ausgegraben wurde. Die Affenmenschen, die wir in Zeitungen, Zeitschriften oder Filmen sehen, sind alle Rekonstruktionen. Die als ein Beweis für das menschliche Evolutionsszenario angegebenen Fossilien sind in Wirklichkeit erschwindelte Erzeugnisse. Über 150 Jahre wurde nicht mal ein einziges die Evolution beweisendes Fossil gefunden. Es ist so, dass die Rekonstruktionen, Zeichnungen oder Puppen, welche die Evolutionisten von den fossilen Gebeinen anfertigen, genau passen, um der Evolutionstheorie Gültigkeit zu verschaffen. David R. Pilbeam, ein Paläoanthropologe der Harvard-Universität, betont diese Tatsache, wenn er sagt, Zitat, »Zumindest in der Paläoanthropologie sind die Angaben so dürftig, dass Theorie durchaus die Interpretationen beeinflusst. Theorien haben in der Vergangenheit deutlich unsere aktuelle Ideologie wiedergespiegelt, anstatt unsere tatsächlichen Angaben. Da die Leute sehr durch visuelle Informationen beeinflusst werden, dienen diese Rekonstruktionen am besten den Absichten der Evolutionisten, welche sind, die Leute zu überzeugen, dass diese rekonstruierten Kreaturen wirklich in der Vergangenheit existierten. Zitat Ende. All die vielen Puppen, Zeichnungen, Comics, Modelle und Filme, die über verschiedenartige Affenmenschen angefertigt wurden, sind gänzlich Fantasie und Erfindung, weil tatsächlich niemand genau die Gestalt eines Tieres allein anhand der Knochenstruktur bestimmen kann. Weiches Gewebe, welches rasch nach dem Tod verschwindet und verantwortlich für die Gestaltung von Augen, Nase, Lippen, Haare, Augenbrauen etc. ist, kommt ganz auf die Vorstellungskraft der Person an, die sie rekonstruiert. Ernest A. Houghton von der Harvard-Universität bestätigte, Zitat, Zu versuchen, die weichen Körperteile zu rekonstruieren, ist sogar ein noch riskanteres Unternehmen. Die Lippen, die Augen, die Ohren und die Nasenspitze hinterlassen der darunterliegenden Knochenpartien keine Hinweise. Du kannst mit gleicher Fertigkeit an einem Neandertalerschädel die Gestalt eines Schimpansen oder die Gesichtszüge eines Philosophen modellieren. Diese angebliche Wiederherstellung von urzeitlichen Arten von Menschen haben sehr wenig bis keinen wissenschaftlichen Wert und sind nur zur Irreführung der Öffentlichkeit da. Man sollte Rekonstruktionen nicht vertrauen. Zitat Ende. Jetzt nochmal Harun Jaya, der Evolutionsbetrug, Seite 93. Es gibt keinen festen, fossilen Beweis, um das Bild des Affenmenschen zu bestätigen, welches immer wieder durch die Medien und die evolutionistischen akademischen Kreise verkündet wird. Mit Pinseln in den Händen stellen Evolutionisten fantasievolle Geschöpfe her. Nichtsdestotrotz stellt die Tatsache, dass diese Zeichnungen sich nicht an passende Fossilien halten, ein ernsthaftes Problem für sie dar. Eine der interessantesten Methoden, die sie anwenden, um dieses Problem zu lösen, ist die Herstellung der Fossilien, die sie nicht finden können. Der Piltdown-Mensch, der der größte Skandal in der Geschichte der Wissenschaft sein mag, ist ein typisches Beispiel für diese Methode. Die aktuelle evolutionistische Affe-zu-Mensch-Übergangstheorie geht wie folgt. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus und Homo sapiens. Australopithecus, was südlicher Affe bedeutet, war nachweislich nichts als ein ausgestorbener Affe, der vielen modernen Schimpansen in Größe, Arm- und Beinlänge, Schädelform, Zähnen, Unterkieferaufbau und vielen weiteren Sachen ähnelt. Homo habilis, eine theoretische Klassifizierung, die in den 1960er Jahren vom Turkana-Boy-Gruppenleiter Richard Leakey erfunden wurde, war, was Evolutionisten für notwendig hielten, zwischen Australopithecus und Homo erectus zu existieren, weil der Sprung viel zu drastisch wäre. Eine Art von Affenmensch mit einer größeren Schädelgröße war vonnöten, welche aufrecht gehen und Werkzeuge benutzen konnte. Zum Glück für seine Karriere wurden in den späten 1980er Jahren Fossilien ausgegraben, die für Homo habilis gehalten wurden und Leakey wurde für ein wissenschaftliches Genie gehalten. Dies bis seine Zeitgenossen Bernhard Wood und C. Loring Brace feststellten, dass die Arme von Homo habilis zu lang, die Beine zu kurz und der Knochenaufbau zu affenartig waren, um irgendetwas anderes zu sein als ein Affe. Ihre Finger und Zehen waren die eines Baumbewohners und ihre Kiefer- und Schädelausmaße waren den moderner Affen vergleichbar. Die amerikanische Anthropologin Holly Smith schloss 1994 daraus, dass Homo habilis überhaupt kein Mensch oder menschenähnlich war, sondern genau wie Australopithecus ein Affe. Sie sagte aus, dass, Zitat, Nach einschränkenden Analysen von Fossilien dieser Exemplare, die diese Kriterien erfüllen, werden Muster der Gebissentwicklung vom zierlichen Australopithecus und Homo habilis mit afrikanischen Affen eingestuft. Jene des Homo erectus und Neandertaler werden mit Menschen eingestuft. Zitat Ende. Also sind die ersten beiden Klassifizierungen, Australopithecus und Homo habilis, tatsächlich beide vollständig Affe, während Homo erectus und Homo sapiens, die beiden zweiten Klassifizierungen, in Wirklichkeit vollständig menschlich und mit modernen Menschen vergleichbar sind, mit keinen größeren Abweichungen als den natürlichen Abweichungen der Rasse und Vererbung. So sind nach 150 Jahren der Entdeckungen Evolutionisten nicht näher am Fund einer wahren, zwischen Affe und Mensch gelegenen Übergangsart und somit nicht näher daran, ihre Theorie zu beweisen. Sie können auch nicht beantworten, wie Affen Zweifüßigkeit, menschliche Arm- und Beinverhältnisse, aufrechte Wirbelsäulen und komplexe sprachliche Fähigkeiten entwickeln konnten. Wenn sich der Mensch aus Affen entwickelte, warum gibt es dann noch Affen? Warum lebt heutzutage nicht irgendeine dieser angeblichen Übergangsarten und wo sind wahre Beweise in den fossilen Aufzeichnungen? Jetzt zuletzt nochmal Harun Jaya zitierend, der Evolutionsbetrug, Seite 98. Die Evolutionisten schrieben ein Szenario der menschlichen Evolution durch die Aufstellung einiger Affenschädel, die zu ihrer Absicht passten, in einer Reihenfolge von dem Kleinsten zu dem Größten und streuten die Schädel von einigen ausgestorbenen menschlichen Rassen unter sie. Laut diesem Szenario haben Menschen und die heutigen Affen gemeinsame Vorfahren. Diese Kreaturen entwickelten sich mit der Zeit und einige von ihnen wurden zu heutigen Affen, während die andere Gruppe, die einem anderen Zweig der Evolution folgte, zu heutigen Menschen wurde. All die paleoanthropologischen, anatomischen und biologischen Funde haben jedoch gezeigt, dass diese Behauptung der Evolution so fantasievoll und ungültig ist wie all die anderen. Kein brauchbarer und wirklicher Beweis wurde vorgelegt, nicht um zu beweisen, dass es eine Verwandtschaft zwischen Mensch und Affe gibt, außer Fälschungen, Verzerrungen und irreführenden Zeichnungen und Berichten. Die fossilen Aufzeichnungen zeigen uns, dass die ganze Geschichte hindurch Menschen Menschen waren und Affen Affen.